RCT-Radio-Comedy. The better way of Blödsinn. Warte, ihr habt das WM-Vorbereitungsspiel geschaut und euch dabei die Kante gegeben. Das auch, Alter, das auch. Aber davor haben wir doch die Bude leergeräumt. Also doch eingebrochen. Die Bude mit deiner Hilfe leergeräumt? Nun verstehe ich aber nur Bahnhof hier. Hey, ich meine, wir helfen seinen Freunden, freiwillig die eigene Wohnung leerzuräumen. Ach, Mann, Moat, die haben meine Möbel in den Keller geräumt. Mann, ich hoffe nun, mach's endlich mal Klick bei dir, Alter. Klick? Ja, klar, das war doch klar wie Klosbrühe, Alter. Nun wird's heller, ey. Ey, Mann, du kannst dir die Miete hier nicht mehr leisten und ziehst runter in den Keller. Ey, ich hab nämlich letzte Woche gehört, die WBG vermietet neuerdings auch Keller. Das ist auch sicher billiger wie das Penthouse hier. Wieder falsch. Also, Alter, die haben die Möbel runtergeräumt, damit ich hier heute streichen kann, tapezieren und so. Ach, so ist das hier, Mensch. Und wo sind deine Arbeiter heute? Oder willst du das selbst versuchen? Aber mal eine Frage, ey. Ich meine, du bist doch Gaswasserscheiße und Kemala. Mann, na und? Der alte MacGyver, der ist doch auch nur ein Detektiv. Und baut dir aus dem Kaum in eine Atombombe. Außerdem hab ich mir dieses Video angesehen. Sissi und die wilden Böcke? Und da haben die dir gezeigt, wie das geht? Da bin ich ja total begeistert. Ach, Mann. Nicht den drunter, Alter. Der in der weißen Box. Ja, ich hoffe, das ist naturweiß. Sonst fass ich den Teil nicht an, ey. Mal schauen. Malern. Selbst die macht wie die Profis. Ganz genau, Alter. Ob das weiß ist, das kann ich dir nicht sagen, ne? Ich glaub, die ist schwarz. Aber die ist mir ja eben am anmischen in den Leim gefallen. Und ich dachte schon, das Klebrige ist was anderes, ey. Ich könnte dir was helfen. Ich war ja bis eben nur bei meinem Bruder und hab kurz nach dem geschaut. Wat? Du hast einen Bruder? Das wusste ich ja mal ja nicht. Hm. Wo wohnt der? Mehrhardt ist doch Lego. Mo hat und mein Bruder Mehrhardt. Hab ich dir noch nie erzählt, dass ich einen Bruder habe? Ach, Mehrhardt. Der Dönertyp von drei Straßen weiter. Und ich dachte immer, der ist schwul. Weil er mir immer zuwinkt und angrinst. Das kann schon sein, dass er schwul ist. Ich mein, ey, so eine leichte schwule Ader hat der sicher. Aber egal, wir können ja nachher mal, wenn wir hier fertig sind, rüber zu seiner Dönerbude und Döner futtern. Das klingt gut. Boah, ey, das Echo in deiner Wohnung ist echt klasse. Hallo, Echo, 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 Echo. Hallo, Morat. Du dumm, 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 nuss, nuss, nuss. Aber nun reich mir doch erstmal eine von der Bahn, damit wir hier mal langsam vorankommen. Äh, apropos kommen. Wat hat dich denn eigentlich zu mir hingetrieben hier? Wat ist ja wie Weihnachten, dat du mich mal hier besuchst und hier auftauchst. Mach nur so weiter. Aber wat mich hier hertreibt, naja, ey, ich dachte, wir gehen gleich mal vor zum Wettbüro und ein bisschen Kohle verzocken. Mo, langsam nimmt dat hier vorm an. Lenny sieht echt schick aus, ey. Wie neu. Mensch, bald ist übrigens WM. Ich würde ja gerne die ganze Schicht mal live sehen und live dabei sein, Mensch. So eine WM im eigenen Lande wäre doch mal geil. South Afrika. Klingt geil. So, knall die letzte Bahn dran und dann geht's ab. Genau, ein Döner bei deinem Brudermampfen. Ich habe einen Bruder, echt? Äh, äh, ich dachte, Merk. Jo, kann sein, aber ich gehe jetzt erstmal in die Schenke wat schlürfen. Nach so viel Arbeit. Ich auch, mein Bester. Genau, genau. Wir können ja zusammen dahin daddeln. Da bin ich vorbei, mein Bester, bin ich bei. Und ich erst. Ich bin drei, mein Bester. Du bist so wunderbar. Paul-Be eficierst